Ich kenne so viele Familien, könnt ihr schreibt das gerne mal in die Kommentare rein, so viele Familien, enge Freundschaften, die sich gespalten haben wegen diesem Thema, weil einer war kritisch, heute kann sich jeder überlegen, welche Richtung wohl die bessere war, die kritische oder die unkritische, einfach den Reden des Staates eins zu eins zu übernehmen, den Versprechungen. Und die Leute haben gesagt, wenn du das nicht machst, wenn du dich nicht impfen lässt, dann bist du unsolidarisch, weil du hilfst sonst, dass die Übertragung des Viruses an andere Personen leichter gewährleistet wird. Heute wissen wir, dass von Anfang an, jetzt wissen wir das, weil es die Pfizer-Verträge veröffentlicht haben, dass es von Anfang an keine Verhinderung der Übertragung gab. Also Ansteckung wurde nicht verhindert. Das ist mal das Wichtigste. Übertragung wurde nicht verhindert. Also die Argumente, die in den Medien, der gesamte Medienapparat, wir denken an Fußballer, wie ein Kimmich, an einen Tennisspieler, wie Djokovic, wie krass die unter Druck gesetzt wurden, das sind Prominente, weil es Symbole sind, weil sie sehen, dass wenn ein so ein prominenter Mann wie ein Weltklasse-Spieler, Tennisspieler, Novak Djokovic, oder ein, ja auch Weltklasse-Fußballer vom FC Bayern, Joshua Kimmich, wenn die gesagt haben, nein, wir sehen das anders, wir wollen uns diesem Genexperiment nicht anschließen, dann wurden die durch den Dreck gezogen, gerade Joshua Kimmich in der Bild-Zeitung, durch den Dreck gezogen, Novak Djokovic unter massiven Druck gestellt. Warum? Weil andere Leute das natürlich gesehen haben und vielleicht auch dann kritische wurden und sagten, vielleicht sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragen, ja, grundsätzlich mal in meinem Leben ein bisschen hinterfragen. Unterfragen.